Sigmund Freud hilft dir beim atmen willst du wissen wie dann bleib dran und wenn es nicht Sigmund Freud ist dann sind es vielleicht Geschichten die glücklich machen oder meine Lieblingsautorin Saphine Diaye mit der Stimme des Herzens. Mein Name ist Antje ich bin Freediving Instructor und Yogalehrerin von GoSoFreeDiving.com und ich zeige dir wie diese Bücher dir beim Atmen helfen. Du wählst dir das für dich passende Buch aus je nachdem wie groß wie schwer wie dick es ist und wie sehr du deine Atemmuskulatur anstrengen möchtest. Ich habe heute mal Freud gewählt ordentlicher Wälzer mit einigem Gewicht und ich lege mir Freud jetzt auf den Bauch ich liege entspannt auf dem Rücken, mein Nacken ist lang und ich fange einfach an in das Buch hinein zu Atmen. Ich schiebe den Freud quasi weg mit meiner Einatmung und mit der Ausatmung kommt er wieder ganz nah an mich heran mit der Einatmung schiebe ich ihn wieder weg so weit wie ich kann und lass alles wieder runter sinken meine Ausatmung wird tiefer nur durch das Gewicht des Buches Freud hilft mir mein Zwerchfell und meine Atemmuskulatur zu stärken. Das ist ein bisschen wie ein Fitnessstudio für die Lungen und wie bei jedem anderen Muskeltraining willst du Schritt für Schritt das Gewicht erhöhen. Es darf nicht zu anstrengend sein und es darf nicht zu einfach sein Lass dir Zeit für jeden einzelnen Atemzug Lass die Ausatmung komplett sich vervollständigen bevor du wieder aktiv einatmest Lass eine kleine Pause entstehen nach der Ausatmung Lass die Ausatmung und eine kleine Pause nach der Einatmung Lass die Ausatmung Lass die Ausatmung Lass die Ausatmung Lass die Ausatmung ruhig ein wenig spüren Lass die Ausatmung 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 Schließlich rolle auf eine Seite und komm langsam wieder in eine Sitzposition. Diese Übung kannst du jeden Tag machen. Falls du Fragen hast, melde dich einfach in den Kommentaren oder schick mir eine E-Mail auf gosoffrediving at gmail.com Ich freue mich von dir zu hören.